Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA, verrückte Rennen mit denselben Mongos wie im letzten Mal. Und ich will nichts sagen, wir machen es gerade am Stück, es will jetzt nur so aussehen, als würde er sich jetzt Mühe geben und jeden Tag nur das Video raushauen. Ja, wenn man richtig lesen kann, steht da oben 3 von 9. Ja, ohne Spaß, wir spielen weiter, weil Jan meinte, wir müssten einen neuen Rennen fahren und das passt auf jeden Fall in eine Folge. Ja, das sind auf jeden Fall Rennen. Es sind nur 90 Minuten, die wir hier aufnehmen werden, aber Jan meinte, das geht locker in 15 Minuten aus. Ja, genau. Weißt du, ich sag nicht, ich sag, weißt du, ich sag so 5 bis 6 Sachen. Jan so, ja, hab ich. Du hast 9 Sachen. Was ist denn das für ein Bullshit? Das ist der gleiche Bullshit wie so ein Staffel. Also ich trau mich da nicht rein, okay. Und vor allem, warum ist da hinten ein Panzer? Ein Panzer, genau. Und was machen wir jetzt da? Ich weiß es nicht. Ich weiß, was wir machen müssen. Äh? Ah, okay, verstehe. Wir müssen, wir müssen zum Panzer, das ist wieder so eine... Das ist ein Witz. Ich hab den ersten bekommen. Ich weiß nicht mal, wo die Typen sind. Ja. Oh, Ben, schnell. Mach so. Nein. Weißt du nicht mehr, wie das Assi da drunter fällt? Nein. WTF, Alter, weißt du wie knapp das war? Ja. Dass du wieder luck hast, das ist ja nix Nikes. Nikes. Warum kann ich eigentlich nicht einfach in den Panzer einsteigen? Ach ne, ich hab ja nix. Ich hab 100 Nikes mehr. 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 Ja, jetzt hat der hier schon nen Panzer. Oder? Hat der? Ja, ich bin drüben, glaub ich. Ja, da ist drüben der Mann. Ja, ich glaub ich hab ihn. Warte. Oh scheiße. Oh scheiße, haut ab Junge. Ja, und was sollen wir jetzt machen? Wir haben sowieso gelost. Kurt, ich würd den Jet nehmen, oder? Den Panzer nehmen, ne? Ja, ich würd auch nen Jet nehmen. Den Jet. Was ist das Ziel? Kann man sich nicht verteidigen? Alles klar. Hallo Kurt. Du hast keine Chance, ey. Was? Was soll man da machen? Warten, bis man umgebracht wird. Was soll man da machen? Man hat einfach keine Chance, ey. Aber ich verstehe den Sinn des Spiels gar nicht. Die wollen jetzt die Autofahrer machen. Oh fuck, oh nein. Ja, der Sinn ist einfach, dass du im Auto gefahren bist. Ich glaub ihr könnt da auch rauf. Für sicher könnt ihr da auch rauf. Ja, wie denn? Ja, aber trotzdem. Du wirst doch vorher ungebracht. Ja, da gibt es sicher eine Möglichkeit, dass du da raufkommst. Raufkommst. Nein, du hast keine Chance. Mit dem Auto kommst du da nicht rauf. Mit dem Auto nicht. Du könntest dann springen und da drauf laufen, aber vorher bist du tot. Du könntest dann... Ah. Scheiße. Kurt, es crasht das Ding nicht in den Boden. Ey, Jan, guck mal. Ah, ich hab irgendwas falsch eingestellt. Du hast eh gedrückt wie so ein Mogu. Ob irgendwo Jets stehen. Ja, stimmt. Ja, ich glaube kaum, aber ich versuche es mal. Es könnte ja sein. Ein derer da. Ja, geh halt einfach zu den Titan, das macht am meisten Sinn. Komm, Kurt. Ja, guck doch bei den E-Pets. Ja, Kurt ist scheiße. Ich muss ihn irgendwie... Oh fuck. Ach so. Das ist ja schon wurscht. Ja, das ist... Nein. So. Easy. Das Game kannst du nicht. Ich frag dich halt... Ja, aber wie... Wie wollen die... Wie wollen die Autofahren? Wir schaffen das jetzt. Und der Kurt vom Hangar irgendwo an der Ecke hüpft er um mich und erwischt uns alle drei auf einmal. Ja. Bei seinem Krieg leider auch immer das so kurz zu. Weil es ist ja nicht so, dass ich ihn abgehaut habe bei mir. Er überlebt und rennt weiter oben. Hütter mich ab mit dem Bouncer. Nein, ich bin Kurt. Nein, ich weiß ja. Es war ja kein Panzer, es war ein Minigun. Nein, Andi habe ich mit der Persuka hochgejagt. Ach so. Ja, da jetzt. Der Kurt am Weg. Ich habe ihn schon abgeschossen eigentlich. Nein. Er rennt weiter. Das ist Iron Man, Alter. Ich find's so geil, wie er die ganze Zeit aufgefahren bin. Wie ich durchgefahren bin, hat sich mein Auto gebrochen. Ja, Durchfall. Weißt du, was das Geilste ist? Ihr wart die ganze Zeit auf Kurt fokussiert. Ihr habt mich einfach durchgehen lassen die ganze Zeit. Ja. Wir wehden. Warum? Wir wehden. Ja, wehden. Ja, das macht keinen Unterschied, weil... Einmal habe ich dich anmissiert, Maxi, oder bin ich dann irgendwo... Der muss wie immer anmissiert. Echt? Der andere kann mich gar nicht erinnern, wann das war. Doch, da bist du aus dem Container gerade raus. Ein Container? Ein Container? Was ich sehe? Was labert ihr für eine Scheiße? Gibt's Pistolen? Oh, what the fuck. Alter. Was ihr wieder für Scheiße labert? Es gibt Pistolen. Oh, fuck. Wow, Pistole. Ja, alles klar. Du bist auch sehr schlau. Wir sollten nicht so dicht aneinander sein. Nein. Wer ist dicht? Wer ist dicht? Ich bin dicht. Das Scheiß ist, wenn die einmal drüben sind, haben wir ein Problem. Alles klar, Jan. Der Flake, Jan. Jan, du bist so behindert. Jan, du bist wirklich so behindert. Wie kannst du nur so behindert sein? Warum kann ich kein Kind wie alle anderen Leute auch? Das ist doch ein Scheißwitz, Alter. Scheiß Raider habe ich. Ja, wieso stirbst du nicht? Ich habe mich voll getroffen. Nimm den Jet! Nimm den Jet! Hey, jetzt lass mich. Lukas, du könntest uns mit dem Panzer runterfahren. Du könntest uns mit dem Panzer runterfahren. Du könntest uns mit dem Panzer runterfahren. Warum nimmst du nicht den Jet? Weil der Jet mir zu teuer ist. Ich habe eine andere Idee. Ich habe eine andere Idee. Ich bin Andrea Berg. Ne, keine Ahnung. Er hat schon wieder eine ID rausgebracht. ID zockt. Genau der. Oh, was will ich? Oh, nein! Ist natürlich nur Spaß. ID ist übrigens kurz sein Bruder. Natürlich nur Spaß. ID zockt ist mein Bruder. Oh ja. Ist mein Bruderzucker. Ich bin zumindest so lustig. ID zockt und der Crymax machen eins zu eins dasselbe. Warum macht man sowas? Diese Produktivität. Auf YouTube. Auf zumindest dasselbe machen. Alter. Die Krisezeit hat mich getötet, weil da habe ich Pocken bekommen. Alter, ich bin Pocken. Krisezeit. Nein. Hey, Alter. Da hat man da keine Chance. Würde jetzt Andi sagen. Ja, so habe ich mich auch gefühlt. Ja, das ist aber auch einfach so. Ne, wenn die einmal durch sind, das ist nicht einmal der schwere Parcours, muss ich sogar sagen. Parcours. Ja, du bleibst einfach in dem einen Scheißloch drinnen hucken, wartest bis der andere Typ rüber springt und dann gehst du weiter und dann gehst du weiter und dann gehst du breiter und breiter. Aber insgesamt kann man sagen, dass der Job stinkt. Du stinkst. Alter, wir haben bis jetzt immer das gleiche gespielt. Ja, was? Keine Rennen. Keine... Ja, es ist einfach dein Phase 2.0. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das bleibt nicht, Mama. Mama. Da sind wir ja fünf Stunden lang im Ladescreen drin, weil der musste die Map neu laden, die wir gerade erst hatten. Ja, ja, ja. Mein Name ist Shastin. Ist du deppert? Ich möchte noch wieder wieder die Parcours rennen, mh, ich kann mal Kieser zeigen. Willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Ich bin's wieder, euer Nexos. Und ich zeige euch heute, wie man am besten verliert. Scheiße, nein. Oh, Hilfe, 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 was ist das? Das ist so FB, Leute, Depp, Alter. Ey, wo sind die Pistels? Du kannst dich mal. Ey, wo sind die Pistels? Ah, wo sind die Pistels? Ah, nicht. Andi. Na, Kurt, nein, nicht. Andi, ja, Kurt. Schau, was denn? Ich bin jetzt schon wieder für einen Lackkasten. Ah, Hilfe. Nein, du Arsch. Ich weiß, ob ich nicht gestolpert und gestorben bin. Endlich. Gott, du hast gestorben. Ja, sogar ich hab'n Blatt gemacht. Verdient, du Wichser. Ja, ihr könnt mich am Arsch lecken. Gladys. Geil nach... Nee. Das hier kunnen warten. Jums, rollt die Pistels her. Er hat'n Pistenen im Fußraum. Ja, Vater. Nee, die Eiskeld CHA ение Sie. Wie dis aussah. Nein! Ah! Yes! Das ist doch nötig, what the fuck. Doch nötig. Loser! 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 Das ist kein Lister, wem Max hingeflogen ist. Ja, das war die Abdeckung. Ja. Jetzt einfach nur noch. Ja. Nein! Jungs, kommt her! Spannend. Razer. Ach, du lebst gar nicht mehr! Ich wurde runtergefickt. Oh, Jungs, nehmt eine Pistole und dann tötet ihn. Ja. Max, komm, du halt. Schweiz. Ja, doch. Warum sind die dort denn passiert? Ja, dort! Ja, wo dort, du? Ah, Jungs, wir sind, ja, wir haben verloren. Wir sind A, genau. Scheiße. Wir sind macht A. Einfach nur wegfahren, fahrt weg. Kann man nur aus dem Flughafen rausfahren. Ja, fahr nach Hause. Ich hab's ja... So einfach, Julian. Alter. Herrsch mit dir, Reg, es reicht. Ja! Nein, scheiße! Ich dachte aber, man könnte ihn. Warte, ich hab voll die gute Idee. Warte, ich hab voll die gute Idee. Aber irgendjemand ist über dir, Max. Hä? Echt? Echt? Ja, also, aus dem Neen Map wird mir ein Icon angezeigt, da ist immer lieber dir. Obwohl du eigentlich am höchsten bist. Er ist einfach tot. Nein, scheiße, man kommt hier nicht weg. Fuck. Uhu. Pass mich hoch. Ich bin nur ein, ein, ein Cast an. Monbo, genau. Alter, man kommt einfach nirgendwo hin. Das ist so für mich. Ja, geh hoch, geh hoch. Geh hoch. Ja, trotzdem. Der schießt mich hin. Der schießt mich hin. Ja, aber er hat, er hat nur eine gewisse Reichweite. Auf Youtube. Ja, dann nimmt er den... Genau. Der bleibt da. Ja, und was soll ich machen, wenn er... Ja, versuch irgendwie sechs Minuten irgendwie hinzuzüge. Ja, Max. Ja, jetzt geht er runter. Er fährt runter. Hilfe. 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 Na, geh rauf. Noch mal. Du bist genau in die falsche Richtung. Ja, nee, trotzdem. Du kannst nichts machen. Ja, nee, trotzdem. Ja, nee, trotzdem. Nee, trotzdem. Nee, trotzdem. Das erfährt erstmal. Ey, natürlich. 13.410 Dollar. Ich bin Level 2. Oh, ich bin Level 189. Ist die 88 weg. Na, endlich. Und die bleibt wie immer. Die zwei Cops sind mir jetzt. Das ist ja klar. Das ist voll die Verschwendung von Cola. Ja, die zwei Cops sind da vorne. Verschwendung von Cola? Nein, von Geld. Nee, Geld ist Geld. So, haben wir jetzt mal einen anderen Job? Oder haben wir jetzt wieder irgendwie... Super gegen Auto? Und wieder irgendein Rotz... Rotz nehmen. Das ist doch scheiße. Weißt du, Jan von so... Nein, ich kann das nicht kürzen. Wir brauchen die Einlässigkeit. Ja, Sumo ist aber geil. Nein, nicht... Nein. Deathrun. Deathrun will ich auch. Irgendwas anderes mal. Mit dieselbe Kacke. Das Team Land, ey. Jetzt sind wir ein E-Vo-Torter. Alter, Jan, dann rennen die stinken so richtig nach geistigem Dünnscheß. Das sind keine Render-Breaks. Alter, da kann man nichts raus und dann extra gestarten. Ja, da ist noch Sumo drin, da ist noch Sumo und Deathrun. Wahrscheinlich bei Rennen 9 oder so. Ja, bei 4 von 9. Wahrscheinlich mit 8 ist das scheiße. Nein. Ist auch nur mit. Das ist eigentlich alles nur Rotz. Alles klar. Kann die Spielisten nicht kürzen, weil die brauchen alles? Ja, genau. Mitbessern... Oh, Sniper versus Speedboats. Was für eine Revolution der Spiele. Weißt du, und dann regst du dich auf bei irgendwelchen... Ja, Speedboats und dann steht der Segler dort, Alter. So eine Scheiße. Weißt du, Jan ist der Erste, dass sich den jährlichen CLBs aufregt, aber macht selber genau dasselbe. Immer dasselbe. Alter, wir sind so dumm, um auf ein Boot raufzukommen. Ich bin zu blöd, um das zu steuern, Alter. Ja, genau. Yeah, was ein Spaß für die ganze Familie. Ein Spaß für die ganze Familie. Spaß für die ganzen Mongos. Spaß für alle indischen Kinder. Das war voll knapp. Das war voll knapp. Wir achten wieder mal nicht. Hey, kann man da runter? Ja, Tatsache, da kann man runter. Ja, das ist einfach so für den Arsch. Hab ich wieder Jan bekommen? Achso, ne, Cast halt. Was denkst du dir jetzt? Weißt du, ich freu mich immer so voll, wenn ich Jans krieg, ne? Achtung vorne, da ist ein Jan Spiderik im Flussraum. Vielleicht hast du den Nachnam von Jan gesagt, Jan Spiderik. Ja, Spiderik. Ja, genau. Auf jeden Fall nicht googeln. Ja, schlussgeben Jan Spiderik und dein Google-Zucker. Weißt du, du bist jetzt so gelenkig, Alter. So die Scheiße. Nein, Jan, meine Rennen sind immer doll. Nein, Jan, meine Rennen sind immer doll. Ja, ich versteck mich da nicht, ich fahre immer runter. Ey, das ist so scheiße. Tolle Sachen, ganz ausgesucht. Nein, Jan, meine Rennen sind immer doll. Ja, meine Rennen sind immer doll. Das sind keine Rennen. Alles klar. Trotzdem ist es scheiße. Ah, das ist scheiße. Alles klar. Mit dem Boot kann man sich ja so geil bewegen. Vor allem in dieser dünnen Bucht, Leute. Da kannst du nicht mehr umdrehen. Ich bin gegen einen Felsen gefahren. So geil. Okay. Dann hat mich Eck-Eggles geholt. Da ist ein Jan Spiderik im Kursraum. Ich weiß nicht mehr reingekommen. Ich weiß nicht mehr reingekommen. Nein, nicht Spiderik. Ja, nicht Spiderik. Ja. Der Typ von Galileo heißt Jan Schwiderik. Wie Derik? Was? Speckmantel? Ich kann das nicht. Ich merke mir das nicht. Du bist ja Rösterreicher. Das ist so. Eck-Speckel. Eck-Speckel. Ja. Ja, und dann daneben der Drogenkacki wieder mal. Ja, ohne Spaß. Die sind verhaftet. So, Weste, Bodo. Hä? Wo sind das Segelbootet? Ich fahre die ganze Zeit hin. Ich fiss dich voll an. Ey, da ist ein Pinker. Wenn ich da einsteige... Ah! Jetzt fahre ich wieder hin. Alter, ich seh da hinten wieder nur, wie es Racer mal rumhaut. Was? Kurt haut sie umeinander. Und Max, taucht das bei der Runde? Schnauze. Auch nicht. Ich komm nicht aufs Boot rauf. Ich will aufs Pinke Brot. Nein, ich will nicht untertauchen. Oh fuck. Jetzt fiss mich aufs Boot. Nein. Ich steh dein Brot. Brotten Anna, Anna hecke hoch. Jaaa. Ah! Das ist einfach so. 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 Du bist einfach so. Ach guck mal Max. Du schaffst das schon. Du schaffst das schon, Anna. Mein Spieler ist zu behindert dafür. Kann es sein, dass du noch nicht mal vorne warst. Jaaa. Jetzt kommt er. Nicht so langsam fahren. Haha. Jaaa. Alter, das Ding kannst du gar nicht steuern nervig. Was habe ich dir vorher gesagt? Na brauche ich doch wenigstens diese scheiß Speedboote, Alter. Na 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 na. Na 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 na. Hallo. Hallo! Also, Max! Ernsthaft! Ich bitte kill mir mit dem Messer! Mann! Weißt du, Andi sagt das erst dann, wenn er schon umgebracht wurde. Alles klar. Ich bin nicht umgebracht. Ey, kill mir den eigentlich jetzt mit dem Messer. Hallo! Kiel doch mal! Vor allem steht bei mir auch wirklich on early kills hier. Weißt du, wahrscheinlich hat Andi so abgedrückt, während er das gesagt hat. Kill mir den mit dem Messer. Ich hab ihn nicht mehr umgebracht. Schau, ich hab nur keils. Ja stimmt, aber für mich ist es nämlich Anzeckmann on early. Ich hab gar nichts gemacht. Pfff! 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 So, ey, jetzt sind Vivi hier auf dem See. Wow, was für ein innovativer Job. Das ist so gut, man hätte man nicht rausschmeißen können, damit man nur auf 6 Jobs kommt oder so allein. Der war so lustig. Was passiert eigentlich, wenn die, wenn die Typen mit den Snipern einfach wegschwimmen? Ich bin in der Luft. Das probier ich jetzt aus. Wobei ich glaube, da kann man nicht drüber bei den Zaun. Kann man da drüber? Ah! Pff! 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 Ich bin ein... Euer Ernst. Ja, genau, ich von auch. Wer ist mein Nachbar? Was ist das für ein Drecks-Bug, Alter? Das ist kein Bug, Lukas. Du bist genauso runtergefallen, wie ich da vorhin. Nein, ich bin eingestiegen. Oh nein, scheiße. Oh, ich bin tot. Oh fuck. Das gehört nicht das Motorrad. Granaten. Das war nicht mit Absicht. Nee, hab ich tatsächlich ein paar Granate geworfen. Bastia. Ah, ich bin gehört. Oh fuck. Oh fuck. Ich brenne. Lol, nice. Das heißt, dass gleich der Feuerwehrwagen in die Luft fliegt. Oh ja, zum Glück nicht, ey. Sein Motorrad hat explodiert, ey. Alles klar. Ey, das ist nicht der Sinn des Spiels, Max. Was? Ja, ja, ja. Scheiße, ja. Und fällt der auf die Fresse? Nein. Schauts nicht aus dem Maul. Hoffentlich schimpfst du, ey. Nein, das stimmt nicht. So, warte. Ist einer eigentlich von uns gestorben, außer Lukas? Torben. Lukas. Er ist der einzige Stil und hat nicht mehr spielen können. Ja, weil dieser scheiß Bagdad ist, ey. Wer fährt nach Bagdad? Du bist auch von der Plattform geflogen, oder? Ah. Ah, ja, wusste ich's doch. Wie der Kurt liegt. Der Nebenglück gar sein. Ah, wir müssen ihn irgendwie runterkicken. Ey. Hey. Du warst. Versuch mich da die ganze Zeit rauszuschlängeln, aber ich krieg's nicht gebacken. Sag mal, Max, was machst du eigentlich da? Vor allem, warum man den anderen Leuten einfach nicht zugucken kann, dieser Sinn. Doch, kannst du. Nur du kannst es nicht, weil du Windows 10 hast. Ja. Boah, das könnte sogar was gewesen sein. Aua, ich bin runtergeflogen. Oh. Ja, genau. So. Keine Scheiße. Er trifft nicht meinen Korb und kriegt mich so. Wie, jetzt ist noch Niklas am Leben? Ja, ja. Ja. Oh, fuck. Er braucht erst einmal Ovi, 20 Kilometer überlebt. Oh, herrscht mich direkt. Ja, jetzt gucken wir mal hier, was... Wie kurz Motorrad, wenn der Jan drin liegt. Und das Feuer löschen. Ja, gut. Ja, löschen wir das Feuer, Jan. Wie hast du den Test zusammenkriegt? Ich weiß es nicht, ich hab so Pech. Ich weiß es nicht. Ich hab so Pech. Oh, scheiße. Hat er getroffen? Ich glaub nicht. Nee. 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 Ja. Ja, ich muss ihn noch irgendwie treffen. Der Spaß. Oder... Oder er... Er bringt sich einfach selber rum. Oder... Dann, äh... Ich bin jetzt wieder mal ein Schwitz. Er hat keine Ame. Der hat die rechte Hand. Oder wirf einfach von der letzten Rante von links einfach so rüber. So quer. No Scope flippen. Er war wieder daneben. Einmal wieder daneben. Scheiße. Er hat sich fast selbst verbracht. Der hat sich fast selbst verbracht. Ich weiß. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich da... Nicht auf Wack fährt. Nimm die Granaten jetzt in die Hand. Zünd sie jetzt schon und wirf sie dann einfach. Noch 38 Sekunden. Oh, war gar nicht mehr so schlecht. Ja, eh. Ah. Ich hab nur eine... Ja, du musst noch knapp 20 Sekunden durchhalten. Ja, die Frage ist wer. Hol den Leben. Hol den Leben. Nein, nein. Keine Zeit. Ja, wer wohl? Ich glaub, die, was oben sind... Ja, die. Hier sind jetzt die, die jagen müssen. Also letztes Mal war es aber auch komisch. Wir haben auch das gewonnen. Jetzt nimm die Granate! Nimm die Granate! Ja, das wäre unruhig. Ihr könntet euch hier einfach einen Spawn verkriegen. Ja. Ja. Bei... Meins. Fast einfach mal über mich drüber passt. Das merk ich mir. Ja. 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 Ja, bei uns war es schneller. Heller funktioniert. Alles klar. Wie würdet ihr jetzt ja auch irgendwie so... Schon ein Vorwissen sagen wir jetzt mal. Wer hat Willi das Wissen im Fuß vorbekommen? Willi wir das Wissen? Willi wir das Wissen? Wir haben noch... Aber Jungs, bitte nicht eure... Aber Jungs, ne? Bitte nicht eure Motorräder wie Kurt. Wie Kurt. What? In Korb rein, was? Du warst nicht besser. Du ist's auch klar. Kurt und der Korb. Kurt Korb. Kurt Korb. Kurt Korb. Wer fährt nach Cottbus? Er fliegt nach Kurt. Kurt der Korb. Ah, dein Vater fährt da hin. Echt? Kurt Karte. Vielleicht fliegt man diesmal nicht gleich wieder von der Plattform runter. Das wäre super. Genau. Oh. 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 Vielleicht knall ich dieses Mal nicht gegen das Feuerwehrauto. Das wäre... Oh, ich sehe jetzt gerade das Licht vom Feuerwehrauto. Geil. Ich finde, Lukas, ich knall gegen das Feuerwehrauto. Komm, steig rein. Oh ja, ich steig ruhig. Razor. Oh, Razor. Oh. 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 Ich glaube, das könnte ein Treffer sein. Warum fliege ich jetzt mal auf die Fresse? Ah. Oh. Gidee. Ey, kann man? Kann man? Ey, das wäre voll nice. Warte mal. Alter, wie du immer so richtig aimen kannst da in dem Spiel. Ey. Wehe, das geht. Wehe, das... Äh. Was? Geh nach Hause. Warte. Geht das wirklich? Nein. Das wäre voll geil. Das wäre voll unfair, Alter. Was macht denn der Lukas mit dem Truck? Alter, Jan, du schaffst es niemals zu suchen, ne? Nein, ich habe was viel geileres gefunden. Hm, nee. Fluchtzeug. Sag mir nicht, dass der Typ nen Jet hat. Er hat nen Flugzeug. Er hat nen Flugzeug. Ja, er hat nen Jet. Alter, ich habe ihn. Alter. Alter. Nein, nein. Das ist nicht wahr. Ey, Lukas, das ist unfair. Das ist unfair, Lukas. Lukas, das ist unfair. Lukas, das ist unfair. Lukas, das ist nicht fair. Ja, kurz, du mal leise, ja? Achtung, Handicott. Alter. 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 Scheiße. Ohne Spaß, so ein richtiger. Ich hätte lieber so hoch gespielt. Lukas ist so ein richtiger Hohensohn. Ja. Ich jetzt lieber so fertig spiel, das war nämlich lustig. Ja, das... Ich hätte gern kurz mit der Granate hochgegangen. Ich hätte gern kurz mit der Granate hochgegangen. Weißt du, lustig ist ja, der Modus war einmal nicht schlecht. Der war sogar ein bisschen lustig. Indem, dass sich andere... Maxi lang passt aber nicht überlehnt. Ich erinnere dich. Du am Anfang gar nicht. So, die zweite Folge ist vorbei. Ich bin's wieder, euer Niklas. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der weiteren Folge oder so. Keine Ahnung. Ja, du, dann mach mir einfach... Mach das, du. Mach das, du. Wolltest du das, Niklas? Ja, ja.